Der Bohlen. Was ist bezüglich des Lupus sein wichtigster Ansprechpunkt, bevor er natürlich erst ewig lang darüber reden musste, beziehungsweise die ganze Jury darüber diskutieren musste, woher denn der Name kommt, was er bedeutet und dann packt Bohlen natürlich noch seine Beziehungsgeschichten mit der Feldbusch aus. Und nachdem Wolke 4 fertig gesungen wurde, musste natürlich erst mal ewig breit darüber geredet werden, wie er das Mikrofon hielt und da muss natürlich der Bohlen auch wieder Ewigkeiten, seine Anekdoten auspacken, wie das da damals gehalten wurde von Mariah Carey und so weiter und so fort. Also man merkt bei DSDS, es geht nicht um den Gesang der Künstler, es geht nicht um das Können, sondern es geht eher darum, dass der Bohlen seine alten Männergeschichten auspackt. Naja, zu seinem Gesang muss man sagen, da fehlt es an Gefühl, also es wirkte sehr unsicher, obwohl er eigentlich ganz gut gesungen hat, aber es fehlte so eine Betonung, so eine Stimmung da drin, also er wirkte merkwürdig unorientiert, als ob er gar nicht wüsste, was er da ein Gefühl für transportieren sollte. Es war irgendwie merkwürdig gesungen, obwohl es jetzt tontechnisch gut war und so, Stimme klang eigentlich ganz gut, aber es ist irgendwie merkwürdig unorientiert im Gefühl, würde ich das nennen.